Hallo zusammen, da bin ich wieder, heute mit dem vorletzten Video zu den Hauptsatzkonnektoren. Ja und erstmal ganz 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 herzlichen Dank, dass Sie so lange durchgehalten haben und mir durch den ganzen Hauptsatzkonnektoren-Kurs gefolgt sind. Nächsten Samstag kommt dann nur noch ein Video, das letzte Video in der Reihe und dann kennen Sie eigentlich alle Konnektoren, die man benutzen kann, um Hauptsätze zu verbinden oder zumindest fast alle. Und hier ist die Lösung für die Quizfrage vom letzten Mal. Sie sollten diese beiden Sätze durch einerseits andererseits verbinden und das haben ganz viele von Ihnen unten in den Kommentaren gemacht und es waren auch fast nur richtige Lösungen dabei. Der Satz musste heißen, einerseits möchte Isabelle heiraten, andererseits möchte sie aber ihre Freiheit behalten. Oder auch, Isabelle möchte einerseits heiraten, andererseits aber ihre Freiheit behalten. Ja und das bringt uns schon zur nächsten Lektion und heute geht es, wie gesagt, um weder noch. Die zweiteiligen Konjunktionaladverbien weder noch. Wir fahren nicht mit dem Auto und wir fahren nicht mit dem Zug. Sie erinnern sich sicherlich noch, wir haben hier zwei Hauptsätze durch und verbunden und da steht und in Position 0, wir in Position 1 und das Verb in Position 2. Wir wollen diesen Satz jetzt mit weder noch formulieren und erhalten dann, wir fahren weder mit dem Auto noch fahren wir mit dem Zug. Weder noch drückt eine negative Aufzählung aus. Weder kann in Position 3 oder 1 stehen. Hier steht es in Position 3, fahren das Verb in Position 2 und wir in Position 1. Wenn wir Position 1 und 3 vertauschen, dann erhalten wir weder fahren wir mit dem Auto noch fahren wir mit dem Zug. Noch kann nur in Position 1 stehen, nicht in Position 3. Das ist eine Ausnahme. Deshalb steht es hier natürlich auch in Position 1, das Verb in Position 2 und wir in Position 3. Wenn wir jetzt wir und noch vertauschen würden, dann erhielten wir folgenden Satz. Noch steht hier in Position 3. Der Satz ist falsch. Noch kann nicht in Position 3 stehen. Wir halten also fest, weder steht in Position 1 oder 3 und noch steht nur in Position 1. Das ist eine Ausnahme. Sätze mit weder noch können wir verkürzen. Bei diesen beiden Sätzen ist jeweils das Subjekt und Verb identisch und so können wir Subjekt und Verb im zweiten Hauptsatz streichen. Die Sätze heißen dann wir fahren weder mit dem Auto noch mit dem Zug oder weder fahren wir mit dem Auto noch mit dem Zug. Noch ein Beispiel. Bert mag keinen Fisch. Er mag auch keine Meeresfrüchte. Meeresfrüchte, das sind zum Beispiel Krebse oder Langusten, Hummer oder Muscheln oder Schrimps, das sind alles Meeresfrüchte. Wenn wir jetzt diesen Satz mit weder noch formulieren möchten, dann erhalten wir Bert mag weder Fisch, noch mag er Meeresfrüchte. Mit Verkürzung können wir Verb und Subjekt im zweiten Hauptsatz streichen und erhalten dann Bert mag weder Fisch, noch Meeresfrüchte. Oder auch Wenn sich Studenten mit Hilfe meiner Videos auf Prüfungen vorbereiten, dann höre ich ganz oft das folgende Feedback. Wenn Sie das erklären, ist das für mich überhaupt kein Problem. Aber wenn ich dann vor meinem Text sitze und Sätze formulieren soll, dann passiert mir trotzdem wieder Fehler. Ja, und ich kann leider nichts dazu sagen, als das ist leider so. Es ist so ähnlich wie auch beim Wortschatz oder wie wenn Sie Vokabeln lernen. Man sagt, man muss ein Vokabel mindestens sieben Mal sehen, bis man sie selber aktiv benutzen kann. Und mit Grammatikregeln ist das nicht anders. Das war eigentlich der Grund, warum ich überhaupt angefangen habe, solche Grammatikvideos zu machen. Man muss die Regeln immer mal wieder sehen. Und ideal ist es natürlich, wenn Sie dabei sind, einen Text zu schreiben und Sie denken auch, hier möchte ich gerne weder noch verwenden. Wenn Sie sich das Video in dem Moment noch einmal ansehen und dann ist die Chance auch größer, dass Sie weniger Fehler machen oder vielleicht sogar gar keinen Fehler machen. Der Trick besteht einfach darin, es öfter zu wiederholen, öfter anzusehen und auch beim Selbermachen zu benutzen. Das ist auch ein Grund dafür, dass ich die Videos sehr kurz gemacht habe und immer nur einen bestimmten Punkt behandle in den Videos, damit Sie die schnell wiederfinden, wenn Sie etwas brauchen. Ja, und jetzt kommen wir zur Quizfrage. Diesmal ist die Quizfrage eher gedacht für fortgeschrittene Studenten und ich möchte etwas Neues ausprobieren, auch um Danke zu sagen für die viele Zeit, die Sie jetzt mit diesen Videos schon mit mir verbracht haben. In der C1-Prüfung müssen Sie ja eine Grafik beschreiben und ich habe Ihnen dieses Mal so eine Grafik mitgebracht. Sie sehen die hier, das ist eine Fantasie-Grafik und die Aufgabe ist nun, beschreiben Sie die Grafik und verwenden Sie die Hauptsatz-Konnektoren aus unserem Kurs. Sie können natürlich weder noch verwenden, aber Sie können auch alle anderen Konnektoren verwenden, die wir in diesem Kurs besprochen haben. Die Frage ist, was essen die Leute in den vier Ländern? Machen Sie eine Beschreibung und benutzen Sie all diese Konnektoren, die Sie jetzt ja kennen. Ich kann diesmal sicherlich nicht alle Texte, die Sie in die Kommentare schreiben, für Sie korrigieren, aber ich habe mir gedacht, dass ich drei interessante Texte aussuche und dazu dann ein Video mache und die Texte vorstelle und zeige, was gut gelungen ist und was man vielleicht korrigieren kann. Sind Sie dabei? Ansonsten sehen wir uns am nächsten Samstag wieder mit dem letzten Video. Dann geht es um zwar trotzdem. Ja, und morgen ist in den christlichen Ländern der erste Advent. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen ersten Advent und bis nächste Woche. Tschüss.